Die nächste Geschichte, die ist vom Toni Laura, das ist ein Bayer und der hat uns freundlicherweise erlaubt, seine Geschichte vorzulesen aus seinem Buch Endlich wieder geschafft. Ich werde das jetzt auch in Bayerisch vortragen, also zumindest so ein bisschen Dialekt, weil es hört sich viel besser an, wenn man es tatsächlich auch so liest. Apfent heißt das Ganze von Toni Laura. Der Apfent ist die schönste Zeit vom Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe, die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Beleuchtung und deshalb schreiben wir sie auch mit einem K. Drei Wochen bevor das Kriegskindel kommt, stellt der Papa die Grippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich, wir dürfen dabei mithelfen. Viele Grippen sind sehr langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben mordtolle Figuren darin. Ich habe einmal den Josef und das Kriegskindel auf den Ofen gestellt, damit sie es schon warm haben, aber es war ihnen leider viel zu heiß. Das Kriegskindel ist schwarz geworden und den Josef hat es vor lauter Hitze in Trümmer zerriesen. Ein Fuß von ihm ist sogar bis in den Plätzlteig von meiner Mutter geflogen und das war gar kein schöner Anblick. Meine Mama hat mich daraufhin geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen von meiner Blödheit sicher sind. Wenn Maria ohne Mann und ohne Kind herumsteht, dann schaut das gar nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste und der Josef, das ist jetzt der Donald Duck. Als Kriegskindel wollte ich den Asterix nehmen, weil der ist das Einzige so klein, dass er auch in den Futtertrock hineingepasst hätte. Da hat meine Mama aber gesagt, man kann doch als Kriegskindel keinen Asterix nehmen. Da ist ja das verbrannte Kriegskindel noch besser. Es ist zwar schwarz, aber es ist immerhin ein Kriegskindel. Hinter dem Kriegskindel stehen zwei Ochsen, ein Esel, ein Niebferd und ein Brontosaurier. Das Niebferd und der Saurier habe ich da hingestellt, weil der Ochs und der Esel, das war mir zu langweilig. Links neben dem Stall kommen gerade die heiligen drei Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen runtergefallen und war total hin. Jetzt haben wir nun noch mehr zwei heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die drei heiligen Könige einen Haufen Zeugs für das Kriegskindel dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so ähnlich. Von den unseren hat einer anstatt Gold ein Kargummipapier dabei, das glänzt genauso schön. Der andere hat eine Marlboro in der Hand, weil wir keinen Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch recht schön, wobei ich sagen muss, das Weihrauch liegt schon ein bisschen besser. Der heilige Batman hat eine Pistole dabei, das ist zwar kein Geschenk für das Kriegskindel, aber damit kann er es vor dem Saurier beschützen. Hinter den drei heiligen sind da ein paar rothäutige Indianer und der kassige Engel aufgestellt. Dem Engel ist er Fuß abgebrochen, darum habe ich ihn auf ein Motorrad gesetzt, damit er es sich leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade am Fliegen ist. Rechts neben dem Stall haben wir ein Rotkäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und drei Weizen für die Oma dabei und reißt gerade einen Steinpilz aus. Ein Wolf haben wir nicht, darum lugt hinter dem Baum Lassi als Ersatzwolf hervor. Mehr steht in unserer Krippe aber nicht. Das reicht aber schon. Am Abend schalten wir die Lampe an und dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen so herum und singen Lieder vom Apfent. Manche gefallen mir, aber die meisten sind mir sehr zu fahrt. Mein Opa, der hat mir mal ein Gedicht beigebracht. Das geht so. Apfent, Apfent, der Bärwurz brennt. Erst trinkt's Ohren, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann haut's das Hirn dir aus der Tür. Obwohl dieses Gedicht recht schön ist, hat man mal gesagt, dass ich es mir nicht merken darf. Im Apfent wird bei uns auch gebastelt. Wir haben eine große Schüssel voller Nüsse und eine kleine voller Goldstaub. Darin wälzen wir dann die Nüsse, bis sie golden sind. Und das Christkindl hängt sich später an den Christbaum. Man darf nicht fest schnaufen, weil der Goldstaub ist total leicht und der fliegt herum, wenn man hineinschnauft. Einmal habe ich vorher in den Goldstaub ein Niespulver hineingetan und wie mein Vater die erste Nuss darin gewälzt hat, da tat er einen Nieserer, dass es ihn richtig gerissen hat und sein Gesicht vergolden, aber die Nuss nicht. Mama hat ihn geschimpft, weil er keine Beherrschung hat und sie hat gesagt, er stellt sich dümmere an als wie ein Kind. Meinem Vater war das recht zuwider und er hat nicht mehr mitgetan. Er hat gesagt, dass bei dem Goldstaub irgendetwas nicht stimmt. Meine Mama hat gesagt, dass höchstens bei ihm irgendetwas nicht stimmt. Ich habe mich sehr gefreut, weil es war insgesamt ein recht lustiger Abwänseamt.